Liebe Ministrantinnen und Ministranten im Bistum Limburg, ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, euch mit diesem kleinen Video ganz herzlich zu grüßen. Am 18. September bin ich hier im Hohen Dom zu Limburg zum Bischof geweiht und in mein Amt eingeführt worden. Viele von euch haben mir Glückwünsche und Grüße zukommen lassen, die beim Minitag in Limburg aufgenommen worden sind. Dafür danke ich euch ganz herzlich. Es ist schön zu erleben, dass sich so viele junge Leute mit unserem Bistum und mit mir als neuen Bischof verbunden fühlen. Das stärkt mich sehr. Die Bischofsweihe war für mich ein ganz besonderes Ereignis, das mich ergriffen hat und das mich berührt bis auf den heutigen Tag. Mir ist die Liebe Gottes, die er mir und uns allen in den Sakramenten schenkt, ganz deutlich bewusst geworden. In den kommenden Monaten werde ich die elf Bezirke in unserem Bistum besuchen. Ich freue mich schon sehr darauf, vielen von euch bei den Gottesdiensten zu begegnen und mit euch in den Sakristeien wenigstens kurz zu sprechen. Als Kind und Jugendlicher war ich selber mit Begeisterung Messdiener in meiner Heimatpharei. Damals war das noch selbstverständlich, dass man nach der Erstkommunion Messdiener, nachher auch Messdienerin wurde. Heute ist das oft anders und daher finde ich es toll, dass doch jedes Jahr wieder hunderte Kinder und Jugendliche da sind, die die wichtige Aufgabe neu übernehmen und so einen großen Dienst in den Pfarreien unseres Bistums tun. Ohne euren Einsatz wären unsere Gottesdienste, unsere Andachten, die Prozessionen, die Wallfahrten, die großen heiligen Messen, ja, unser ganzes kirchliches Leben viel ärmer, viel weniger bunt. Oder könnt ihr euch eine Christmette oder eine Fronleichnamsprozession ohne Ministranten vorstellen? Am 25. Dezember werde ich hier im Limburger Dom zum ersten Mal als Bischof das Weihnachtshochamt feiern. Auf diesen Gottesdienst mit vielen hundert Gläubigen, mit den Ministrantinnen und Ministranten und mit toller Kirchenmusik freue ich mich schon sehr und ich weiß mich mit euch in euren Pfarreien verbunden. Gemeinsam feiern wir die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes. Gott wird Mensch für dich und für mich und für jeden Menschen. Das kleine Kind in der Krippe wird zum Wichtigsten, was uns Menschen geschenkt werden kann. Es bringt Hoffnung, es bringt Freude und Segen unter die Menschen und erstärkt unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Frieden für alle Menschen. Bis Weihnachten haben wir noch etwas Zeit und ich weiß, dass viele von euch in diesen Adventstagen ganz schön im Einsatz sind. Es gibt zusätzliche Gottesdienste, manche frühmorgens, manche spät am Abend und natürlich muss auch noch für die Weihnachtsgottesdienste geprobt werden. Engagement und Geduld sind da gefordert. Schön, dass ihr das alles macht und dass ihr mit Begeisterung dabei seid. Bei allem, was ansteht und in aller Geschäftigkeit, wünsche ich euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Ich wünsche euch, dass ihr die Nähe Gottes spürt. Glaube, Hoffnung und Liebe mögen euch erfüllen und sie mögen euch Mut machen. Euer Bischof Georg Ich wünsche euch, dass ihr das alles macht und sie mögen euch erfüllen und sie mögen euch erfüllen und sie mögen euch erfüllen und sie mögen euch erfüllen. Ich wünsche euch, dass ihr das alles macht und sie mögen euch erfüllen und sie mögen euch erfüllen und sie mögen euch erfüllen.